Huuuuuhu Ooooooh BAM Hoppla das TJ wohl drauf Ja jetzt geht ihr auch drauf und der nächste und der nächste ja ja ich leb noch war ja gar nichts sagt er um im autobus flucht muss man hier denn bitte wir hatten ja gerade so ein bisschen auswahl aber rechts geschehen er hat oma einfach drüber die tun wir nichts ich bin jetzt links gefahren ich weiß nicht woher wo ihr seid achte auch feuer ich bin draufgegangen du auch ja ich bin aber nicht durchs freilich aufgegangen da steht mein bot er muss halt ich glaube aussteigen und dann nö man muss durchfahren einfach durchfahren schluss 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 rät rät Mann, ich dachte, das wäre mein Boot. Hier ist es doch. Oh. Könntet ihr... Oh, ist das? Oh, ist das denn? Ist das denn? Problem. Och, schade. Du Arschlöchers, ey. Nee. Ja, wir müssen hier hinten rein und dann über die Rampe springen, aber ich fehle noch die Munition mit mir. Über welche Rampe? Ach. Gelohnt. Ich sehe auch keine Rampe. Da oben. Wir müssen bloß von hinten in der Rampe, irgendwo. Ach, da ist der Dieter Kick. Zack. Na, kommt man hier durch? Hm. Ich weiß halt noch nicht, wie man mit dem Boot da durchkommt. Brauchen wir das überhaupt noch? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch, da rüber zu springen. Ach, die Rampe. Ja, hier ist nämlich genug Platz. Rechts neben dem Container ist ein bisschen Platz. Müsst ihr mal gucken, ob der da durchkommt. Hier ist alles frei, also wenn man da durchkommt. Oder? Ja, oder man geht einfach zu Fuß. Ja, aber dann braucht man das Boot ja nicht. Nö. Oh, ich hoffe, ich fahre wieder zurück. Oh, ich habe einen Lag. Oder ich komme hier noch nicht durch. Nö, ich komme hier noch nicht durch. Brauchen wir wohl doch das Boot. Ja, siehst du? Mach da mal Platz. Irgendwie wusste ich mal, wie das geht. Mach mir da. Geh mir mal mein Boot. Oder habt ihr das nicht mehr? Nein, ich erzähle. Ja, wie geht das denn? Vielleicht zieh neben dem Container, muss ich doch durchgehen oder nicht. Irgendwie ist das doch nicht so einfach. Weg da! Vielleicht hier das Holz sprengen oder hinten irgendein Container. So geht's auch. Ja. Oder auch nicht. Irgendwas, äh, machen wir hier falsch. Hm. Hm. Ich würde sagen, dann stoppe ich so lange die Aufnahme. Bis wir hier weiterkommen. Ich glaube, die Idee ist richtig. Ja, ja. Nur das Wie nicht. So, dann bis gleich. Ah ja, der Container ist ja offen. Ist offen? Endlich. Hoch. Hopp, lauset man das denn? Ich habe versucht. Ich bin reingegangen und von der anderen Seite konnte man ihn entsprengen. Na, ich hab's schon ausprobiert. Boah, ich bin zu unfähig, den Container zu treffen. Aber doch jetzt. Oh Gott. Juhu. Weg. Weg. Ah, hallo? Oh. Ja, links oder rechts? Ich glaube rechts. Nee, doch links. Geht links. Oh. Oh, das treffe ich doch nie. Ich gehe doch so weit rum gegen die Wand. Stopp nicht. Hm. Okay, ich nehme an rechts, oder? Ja. Ja, stopp, 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 stopp. Jetzt weg. In diesen Seitengang. Ich sehe. Ah, sehr schön. Na? Hä? Hä? Angst. Alle am Ziel. Okay. Ah. Pff. Schön, wie ich dich da an einem Kanal überfahren habe. Ich bin sehr auf die Aufnahme gespannt. Ja, ja. Ja, das sah sehr gut aus. Aber seid ihr schon mit dem Boot wieder weg, oder was ist hier los? Ja, alle mit dem... Hä? Nicht. Ach, das ist unter Wasser. Siehst du mir überhaupt ein Boot? Ja, es gibt dann aber wo? Auch da. Meins! Zu spät. Ach, das ist diese Forschungsstation, wo steht ja wieder die Hubschrauber abkommt. Nein! Hubschrauber, das ist gut. Habe ich nichts gegen. Hubschrauber. Gibt ja einer. Ja. Da hinten kommt ein Hubschrauber. Ich schieße ihn ab. Hä? Ich bleib bei. Oh nein. Da ist noch einer. Ich fahre einfach mal ein bisschen. Mach Platz. Oh, Verflug. Wir kommen glaube ich wieder nicht weiter. Oh ja. Ne, wir müssen durch das... Also ich glaube, wir müssen absteigen und da irgendwie... Ich bin nicht gut. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Rampe, aber da können wir doch noch nicht rüber sprechen. Ja, da wollte ich gerade überfahren, aber da ist weg. Nein, nein, nein. Nein, nein. 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 Kann man die Hubschrauber eigentlich abschießen? Geht das? Nein. Der eine scheint schon leicht getroffen zu sein. Nein. 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 Aber da kommen wir auf keinen Fall rüber. Wir müssen da irgendwo hoch an der Seite und was einstellen. Gut, ich glaub die Umschrauber wollen nicht kaputt gehen, schade. Doch, da eine brennt schon. Soll ich das nicht? Ja, ah, jetzt, aha. Uah, okay. Also ihr müsst da hoch und euch nicht abschießen lassen, eigentlich ganz simpel. Ja, was, wo hoch? Na, bei dem großen Tor ist ein Rad. Links. Was ist ein Rad? Ja, und daran musst du nur lang genug drehen, ohne zu sterben. Hm, was soll, aber man muss erst mal hochkommen. Ja, das ist ein Leiter. So, dann geht das ja. Hoppla, was jetzt passiert? Oh. 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 Server abgestürzt. Ja, ja. Ja, ja. Wir schießen die Umschraube ab, ohne, ähm. Oh, Mann ey. So, da sind wir wieder. Wie war jetzt der Plan? Ähm. Wir werden die Weltherrschaften an uns reißen. Das wollten wir doch einen Cube-Wall schon machen. Da haben wir es doch auch nicht geschafft. Ja, stimmt. Stimmt. Da hat es auch nicht geknappt. Oh. Oh, auf den Hubschrauber, genau. Die gehen mir total am Keks. Oh, ne, es leckt. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich habe keine Lust zu sterben. Au, ich will nicht sterben. Okay, da kommt noch nicht hoch. Das kann man knicken. So, und wo ist jetzt ein Leiter? Ja. Das ist nicht nett hier. Wo ich bin. Uh. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, fahrt ihr schön durch. Ach, das Tor ist offen? Ja, 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 ja. Hättet ihr mir noch sagen können? Ich habe mich geopfert. Sagen die mir da einfach nichts von? Ich habe mich hart geopfert. Oh, ich glaube, ich weiß, was weitergeht. Oh, 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 oh. Bleib da oben, bleib da oben. Oh, ich bin mit dem Boot hier oben. Ups. Oh, ja, okay. Oh, hopp. Oh, hopp. Oh, man startet wieder ganz hinten. Ich weiß nicht, wohin. Ich muss mal so ein Lebensding da drüben. Ich weiß nicht, wohin. in die Halle oben. Oh, Schickswaffen da oben. Oh, die Halle. Oh, die Halle. Da bin ich ja noch richtig. Oh, warum steigt der denn nicht aus? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Wollen wir weiter? Ich soll einfach die Hubschrauber haben. Mit was denn? Ja, absolut. Das war keine gute Idee, jetzt fließen sie auf mich. Oder auch nicht. Dann lad nach. Ist mir egal, ich guck jetzt, wo man noch hinfahren kann. Ich bin tattet. Gut. War mir schon klar. Ich würde echt gerne wissen, ob sie irgendwo weiter geht. Oh Gott. Ich schläge wieder rein. Also hier liegen... Da liegen jede Menge Sachen rum, ich weiß. Einfach zum Schluss, nicht zu jedem. Also ich hab jetzt, glaub ich... Für den Raketenwerfer hab ich jetzt auch Munition. Aber ich hab keinen Eindruck. Aber ich hab noch keinen Raketenwerfer. Raketenwerfer hab ich auch nicht. Und hier liegt leider auch keiner. Ich weiß gar nicht, warum ich mal zu Fuß hier hochgehe. Ich hab doch eh keinen Sinn. Ne. Da ist noch ne Kiste. Auch nicht. Gemeinheit. Das bringt's irgendwie nicht. Schlau mal da rein. Geh wieder raus, hier drin ist nix. Ist hier kein... Doch, hier muss ein Schalter sein. Hier ist aber keiner. Hier müsste aber ein bisschen größer sein, ne? Irgendwo muss hier... irgendwas muss hier sein. Ach. Hm. Ne, ich hab das Gefühl, ist nix. Hoppala. Wir haben Besuch. Ja? So direkt vor der Tür war da der Hubschrauber. Oh. Hopp. Nutzt uns aber nicht so viel, oder? Irgendwas haben wir verpasst. Ja, ich glaub ich weiß auch was. Ich weiß wo's weitergeht. Hoppla und wird von oben beschossen. Ah. Ich sehe, ich sehe. Oh, 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 oh. Diese Hubschrauber wollte ich mir. Der brennt doch schon so sterbe. Jaja. Können wir da jetzt mit dem Boot weiterfahren? Hey, das müsste sogar gehen. Müsste eigentlich gehen, aber wie kommst du denn da hoch? Blöckchen, komm her. Autsch. Aua. Vielleicht bin ich weg. Ach ja, doch. Ach ja, doch. Klar. Ach, Idiot, ey. Klar. Frage, wie kommt man da hoch? Ach, egal. Da war einfach zu wenig geschlafen. Oh Gott. Geht da drüben weiter? Das könnte natürlich sein. Ha. Ich weiß, wo's weitergeht. Bin gleich tot. Oh, ich will einfach nur da hochkommen, verdammt. Die mit ihren... Alter. Mann. Da weiß man, wo's weitergeht und dann das. Das ist geil, Wolf. Das ist, glaub ich, aber auch nur bei H. Das hab ich ja noch nie suchen. Ooooooh. Tschüss. Was? Man muss wohl nicht hier wieder anfangen. Oh, nein. So hat er gefallen. Dann klaut sich natürlich erstmal das Teil. Tot. Ja, aber ich auch gott schon. Boah, die Hubschrauber wohl. Die gehen einem so dermaßen auf den Sack. Das gibt's nicht. Oh, scheiße, Mann. Der nächste, der stirbt. Los. Mann, die brennen doch beide schon über uns. In der Luft wurde ich gedreht. Ich merk doch schon wieder, ich komm da jetzt nicht hoch. Na, muss das doch. Das ist klasse. Aber die Hubschrauber sollten längst tot sein. Hubschrauber können nicht sterben. Doch, mit einem Raketenherd. Alles kann sterben. Nein, nein. Oh, scheiße. Alter, lecker. Tod. Boah, gehen die mir auf den Sack. Komm, 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 komm. Ach, jetzt nur ist es da offen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich fahr das durch. Ohhhh. Weg, weg, weg. Ich muss an den Schalter kommen. Warum geht der Schalter nicht? Ohhhh. Alter, liegen da jetzt viele Bomben scheiße. Da oben ist ein Schalter. Wisst ihr, wo wir hier müssen? Nein. Fast geschafft. Auch noch fast. Wisst ihr, wo wir hier müssen? Da müssen wir nicht durch dieses Loch da. Wir müssen, äh... Da, wo ich... Wir müssen... Ach, da. Ja. Genau da müssen wir durch. Hab ich's doch aufgekriegt? Waiting for Team. Ja. Boah, du Arsch. Yes. Ich will erst ein verdammtes Boot haben. Boah, Gott. Boah, jetzt kommen keine Boote mehr. Du bist das jetzt schuld. Ah, du. Hat jetzt auch gar nicht lang gedauert. Überhaupt nicht. Pro Gamer halt wohl. Boah, mein Arm. Ich wär dafür, dass wir noch irgendwie ne Waffe finden. Ich will noch ne andere Waffe haben. Ich wär dafür, dass ich jetzt auch noch ein Ziel komme. Weg, 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 weg! Das gibt's aber nicht! Ja! Hab noch 10 Sekunden! Nein! Schiebst du mich weg, ey! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Der ist tot! Jawohl, Kartenänderung. Also in dem Video machen wir bestimmt keine gute... Ähm... Ja. Also... Wir sind nicht die Top-Spieler hier scheinbar. Die werden sich alle die Haare raufen, wie schlecht wir eigentlich spielen hier. Kann das sein, dass das abgestürzt ist? Äh... Ja, ich stoppe mal die Aufnahme, ich glaube auch. Ja, ich stoppe mal die Aufnahme, ich glaube auch. Ja.